Die Märkte im Aufwärtsmodus und das auch noch beschleunigt. Gucken wir uns zunächst den DAX an. Er läuft weiter. Ich hatte angedeutet, hier sieht es so ein bisschen nach Ermüdung aus. Gut, in dem konkreten Fall haben wir gesagt, wir hatten Feiertag in Amerika. Und deshalb ist die Aussagekraft dessen nicht so hoch. Es ist ein typisches Bild, aber es gab auch kein Short-Signal in dem Sinne. Insofern war das, was das hier angeht, nicht wirklich für die Short-Seite ein Thema. Ja, außer hier mal jetzt im ganz kurzfristigen sieht man das vielleicht noch, dass da das eine oder andere Signal vielleicht war. Aber insgesamt weiterhin nach oben der Markt stark. Und die Frage stellt sich, wenn wir diese ganzen Widerstandszonen hier ausmachen, wir sind jetzt ja schon fast hier bei der 78er Marke, schon fast wieder auf diesem höchsten Niveau an der Stelle, kommt irgendwann das große Geld in den Markt, das dann sagt, okay, naja, nützt ja alles nichts. Jetzt müssen wir halt auch wieder auf die Käuferseite gehen, denn wenn der Markt nach oben geht, wir finden es doof. Aber wenn der Markt nach oben geht, dann wollen wir nicht daneben sitzen und nicht dabei sein, kaufen wir halt auch noch. Wenn das tatsächlich passiert, dann haben wir natürlich ein gutes Potenzial, dass der Markt deutlich und weit noch nach oben läuft. Ich hatte euch mehrfach erzählt, dass viele in meinem Umfeld, und ich bin ja institutionell sehr verwoben, dass viele große Player im Markt eher sagen, es gefällt uns nicht, die Kaufseite. Wir sehen noch große Diskrepanzen zwischen dem, was wir als zyklische Zahlen, als zykliker Zahlen, als Zahlen zur konjunkturellen Lage und Erwartungshaltung, was wir da sehen. Deswegen, das gefällt uns nicht, aber sie sitzen natürlich auch mit dem Geldsack oder auf dem Geldsack mit der Überlegung, ja, irgendwann müssen wir was tun. Und je weiter es jetzt steigt und sich von diesen Tiefs entfernt, desto eher ist es, ja, Mist, dann müssen wir halt jetzt doch noch einsteigen, damit wir die Bewegung nicht verpassen. Der DAX ist da vielleicht ein bisschen ein besonderes Beispiel. Wir gucken gleich nach Amerika, aber auch für den DAX gilt natürlich grundsätzlich dieser Gedankengang. Wer long ist, es bleibt dabei, nicht short gehen und auch nicht die Position schließen. Einfach die Stops hinterherziehen, beispielsweise nach wie vor der Supertrend oder der Parabolic. Das ist egal, da könnt ihr euch entscheiden, was euch da lieber ist. Parabolic, das ist etwas, was die meisten Chartprogramme haben und relativ easy nachvollziehbar ist. Und so habt ihr dann eine Möglichkeit, hier in irgendeiner Form die Stops etwas enger oder etwas weiter mitlaufen zu lassen. Hauptsache, der Trend wird möglichst überstanden, überlebt. Das kann man natürlich im großen Bild machen, wenn man etwas längerfristig denkt. Das kann man im kleineren oder auch im ganz kleinen Bild machen. Das hängt davon ab, auf welchen Zeitebenen ihr euch heimisch fühlt und wie häufig ihr auch gegebenenfalls neue Positionen wieder eingeht. Im 4-Stunden-Chart ist der Stop enger, das ist gut, weil man mehr absichert. Allerdings wird man vielleicht auch zwischendurch mal eher ausgestoppt, muss dann also wieder neue Einstiegssituationen finden. Hier ist jetzt kein großer Unterschied zwischen denen. Hier sieht man das jetzt mal an der Stelle. Also da gibt es kein optimales Setting dafür, aber da kann man sich raussuchen, wie man sie selber aufstellen möchte oder ob man komplett Intraday im ganz kurzfristigen, naja gut, lassen wir das mal im Moment weg. Also weiterhin Bullish, aus meiner Sicht hat sich nichts daran geändert, dass wir eine realistische Chance für irgendwie sowas noch haben. Mir wäre das sehr lieb, dann könnten wir nämlich in dieser Geschichte auch die ganzen Institutionellen befriedigt wieder abholen, die dann sagen, na gut, jetzt haben wir ja hier wieder unser Anzeichen, dann da einzusteigen und dann auch massiv mit da einzusteigen. Das wäre für viele so die aufgeräumte Variante, aber der Markt muss es auch tun und im Moment sehen wir es noch nicht. Also da jetzt irgendwie was in Richtung Short aktiv zu machen, das macht nicht so arg viel Sinn, solange der Kurs keine Anzeichen dafür eben gibt. Ja, keine Anzeichen für Short. Wir haben gestern über einen Short gesprochen, natürlich unter dem Hinweis, dass gestern ein bisschen Sondersituation war wegen Feiertag in Amerika, aber so ganz grob das Pattern. Ich mache nochmal ungefähr, wie das aussah. Dann können wir mal kurz schauen, wie das ist. Wir hatten ungefähr das so, ich weiß nicht mehr genau, zu welchem Zeitpunkt wir das gemacht haben. Das war jetzt, entschuldigt, noch auf dem falschen Ding. Irgendwie so sah das aus, keine Ahnung. Und die Idee, die dahinter steckte, ist, das hier ist eher korrektiv. Es ist zwar sehr steil, aber es ist dreiwellig, dass man dann eben den Bruch dieser Marke, wo auch immer das stattfindet, dann eben nutzt für eine Zielerwartung hier unten. Und ihr seht, das Chance-Risiko-Verhältnis für diesen Trade ist vorteilhaft. Die Erwartungshaltung für die Abwärtsseite ist gut. Ja, und mehr haben wir da auch nicht zu tun. So, wer das jetzt gemacht hat, der ist dann quasi hier an der Stelle Short gegangen. Man kann sich noch ein bisschen Gedanken machen, ist das wirklich impulsiv hier nach unten? Also idealerweise ist sowas natürlich impulsiv, aber das hier, ihr seht, der Kurs dann doch nochmal deutlich hoch. So ein bisschen Überschneidung gab es da. Also wer da wirklich auf Zack ist und schon ein bisschen intensiver mit, der wird hier vielleicht den Short-Trade auch gar nicht gemacht haben, wegen dieser Geschichte. Aber nicht immer sitzt man alle paar Minuten daran oder man ist sich noch nicht so sicher. Wie ist denn das mit diesen internen Verhältnissen? Ich lasse es einfach weg. Ich sehe es im großen Bild. Und hier Short gegangen ist, der ist quasi hier dann in die Short-Richtung reingegangen. Und wer, jetzt muss man gucken, Fire- und Forget-Trades gemacht hat, also sprich, ich kümmere mich nicht mehr drum. Ich habe hier oben meine Stop-Order und hier unten meine Gewinn-Order. Also die war jetzt nur, um nochmal anzuzeigen, dass das hoch gerade so grenzwertig noch war. Aber wer diese Fire- und Forget-Trades gemacht hat, der ist dann hier an der Stelle ausgestoppt. Und hoffentlich ärgert er oder sie sich nicht darüber maßlos. Warum? Weil wir wissen, naja, wir hatten mal gesagt, selbst wenn es 50-50 ist, die Hälfte geht negativ mit diesem Verlust. Die andere Hälfte geht ungefähr, die andere Hälfte geht positiv mit dem Gewinn. Und es ist klar, dass wir immer wieder mal negativ ausgestoppt werden, ein paar Mal positiv sind. Und die Differenz aus beiden Seiten ist aus einer Vielzahl von Trades dann das Ergebnis. Also es ist wichtig, wir dürfen Trades nie auffassen als, so, das war jetzt der Trade, der gilt jetzt und der ist jetzt genau entscheidend. So funktioniert Traden nicht. Traden ist immer das Ergebnis aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. Deshalb ist das so wichtig mit den Trefferquoten und den Chance-Risiko-Verhältnissen und dieser Aufarbeitung. Das haben wir aber gestern sehr intensiv gemacht. Jetzt wollen wir nochmal, also das ist für die, die Fire and Forget sozusagen machen, die sagen, ich kümmere mich nicht mehr drum. Die andere Variante, ihr wisst ja, dass ich in der Regel, ich habe es vorhin bei dem anderen Beispiel, mit irgendeinem Trailing-Stop arbeite, das könnte jetzt der Parabolic, machen wir mal den, weil der sehr simpel ist, als Trailing-Stop, dann hätte man die Chance hier gehabt, schon nachzuziehen. Aber, bevor ihr euch jetzt freut, oh super, dann wäre man hier mit plus minus null raus, dieser Stop wäre mir eindeutig zu eng gewesen. Denn ich erwarte ja im Prinzip hier eine Bewegung, die so ähnlich ist wie die. Und ihr seht, der Stop ist extrem eng. Jetzt gehen wir einfach mal eine Zeitebene größer, da müssen wir auch nicht so häufig nachziehen, schon besser. Ja, wir hätten also das hier abgesichert und das wäre dann quasi die Stop-Logik, die wir hier haben. Gefällt mir besser, sieht mir aber ganz schön optimiert aus, weil ganz schön perfekt. Wenn wir uns für diese entschieden hätten, hätten wir sogar hier einen ganz kleinen Gewinn. Ihr seht das hier, Stop dann quasi die roten Punkte, wäre man hier ausgestoppt mit einem kleinen Gewinn. Mir wäre, von unserem Handel ist das typischer, zu eng aus meiner Sicht. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch einen mehr. So sieht das für uns ganz typisch aus. So hat man ihm, ihr seht das hier immer so, wenn Trendphasen ist, gibt man ihm so ein bisschen Raum, dass der Kurs sich auch entwickeln kann, notfalls mal eine Pause machen kann. Also diese Einstellung finde ich eigentlich ganz okay. Und ihr seht, ich stelle die immer so einigermaßen ein, dass dieser Stop so halbwegs das, was ich erwarte. Wenn ich sowas erwarte, ist diese Einstellung gut. Wenn ich in diesem Fall für die Abwärtsseite das hatte und das erwarte, dann muss es hierfür gut sein. Und diese Einstellung hier in dem Fall jetzt hier auf 30 Minuten Chart ist einigermaßen gut. Finde ich in Ordnung. Die andere war eigentlich fast schon zu gut. Aber diese hier hätte ich genommen. Dann wäre man hier quasi mit Plus, Minus, Null ausgestoppt in etwa. Es geht gar nicht darum, ob man hier jetzt 5 Euro gewonnen oder 5 Euro verloren hätte. Dafür kann man sich nicht wirklich was holen. Es geht darum, wenn ihr diese Funktionalität nutzt, dann wisst ihr, dass diese Art zu traden, anders als bei dem, ich habe es vorhin Fire and Forget Trade genannt, also wo man einfach sagt, ich habe die Order drin, jetzt stoppt er mich entweder oder nimmt das Gewinnziel, dass man hier halt die Möglichkeit hat, auch nochmal einzugreifen. In dem Fall jetzt hier alle 30 Minuten gucken, wo ist der letzte Punkt. Und da, wo der Punkt ist, da setze ich dann den Stopp entsprechend hin. Und dementsprechend war dann der Stopp quasi an dieser Stelle. Man hätte also sein Risiko im Laufe der Zeit immer weiter minimiert und hätte allerdings die Chance für eine Anschlussbewegung dieser Art noch offen gehalten. Ihr wisst aus vielen Trades, dass ich Nachziehlogiken anwende. Ganz egal, an welcher Stelle ich Trades oder wie ich die Trades gestalte, ob das diese blauen Dinger sind, die ihr ja immer wieder seht, die Bornbars, oder ob das ein Elliot Trade ist. Wir haben quasi immer eine Trailing-Logik noch mit dahinter. Ich weiß aber auch, dass viele sagen, nee, nee, ich will das immer einfach halten. Ich mache das, ich mache diese drei Order-Marken, nämlich hier den Einstiegshort, den Stopp hier und das Target hier. Dann wird er sich schon eins von den beiden Seiten holen. Lassen wir uns mal überraschen, welche es wird. Das kann man auch tun. In dem Fall wäre das hier tatsächlich nachteilig. Was mir durchaus wichtig ist, weil ich möchte euch damit zeigen, dass es nicht darum geht, guckt mal, mit diesem System macht man immer nur Gewinne. Ich weiß, viele wünschen sich das. Aber das ist nicht die Aufgabe des Händlers. Es ist mit der Aufgabe des Händlers, Trades so zu gestalten, dass der Durchschnitt der Trades, also sprich die Summe der negativen und die Summe der positiven Trades, nachher einen Überschuss erzielt, der idealerweise natürlich möglichst groß ist, aber zumindest mal so groß ist, dass man sowohl Freude als auch ein bisschen Profit noch damit hat. So, also das hat sich ergeben. Es war eh ja im dünnen Umfeld. Ich habe es mehrmals erwähnt. Gestern ja wegen Feiertag ist das alles so ein bisschen auf dünnem Eis. Das Ganze, ob das jetzt der Grund war, dass das hier nicht funktioniert hat, das würde ich gar nicht mal sagen. Denn es kann auch in einem normalen Umfeld ein Trade negativ sein. Damit solltet oder müsst ihr immer rechnen. Das gehört einfach mit dazu. So, und jetzt. Aktuell ist die Bewegung relativ stark nach oben, zumindest mal der hintere Arm. Insofern zumindest mal die Chance, dass aufwärts noch ein bisschen weiter geht, sprich, dass Korrekturbewegungen vielleicht irgendwie was dieser Art noch mal einladen für irgendwelche Fortsetzungen nach oben. Ich hatte ja schon angedeutet, so für die etwas Fortgeschrittener. Ihr werdet sagen, so ein bisschen Korrektiv sieht das aus. Ist vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber wenn man intern guckt, diese hier haben überschnitten, beispielsweise. Hier intern war es auch ganz schön überschneidend. Also eventuell war das eine Korrektur. Und ihr seht, manchmal sieht man das nicht so genau. Was würdet ihr machen, wenn man es nicht so genau sieht? Nichts. Ganz genau. Und so mache ich das entsprechend ebenfalls. Wenn ich es nicht genau erkenne, mache ich da nichts. Und hier ist mir das einfach zu vage. Wenn es jetzt eine schöne Korrektur hier gibt, dann ist die Longseite die bessere. Aber da das nicht die erste Welle ist, weil er ist vorher schon von unten gekommen, weiß ich nicht, wie vielte Welle es ist. Das heißt, ich habe keine klare Zielbestimmung, außer dass es wohl höher geht. Und mir ist das zu vage. Ich habe immer gerne ein gewisses Mindestziel, das auch hinreichend schöne Chance-Risiko-Verhältnisse hat. Das mag ich persönlich lieber. Haben wir beim Nasdaq nicht. Also Nasdaq bin ich im Moment eher zurückhaltend. Gucken wir mal, wie die Situation, hier hatten wir das mal so als Alternativüberlegung mal gezeichnet. Also grundsätzlich geht das hier auch, hier ist das sogar hier vorne sogar noch schöner. Diese Bewegung, immerhin das dreiwellig und nochmal die Fortsetzung. Also ihr seht, das funktioniert manchmal nicht, wie es wir eben beim Nasdaq haben, aber an manchen Stellen schon. Also es ist immer die Durchschnittsbildung von verschiedenen Trades. Egal auf welcher Zeitebene, wenn ihr hier eine starke Bewegung habt, eine dreiwellige hier runter, die sieht man wahrscheinlich eher im Minutenschaden. Habe ich das kurz als Augentraining. Ja, also wenn ihr hier seht, dass ihr so eine sogar fünfwellige Aufwärtsbewegung habt, hier habt ihr eine ziemlich klar korrektive Abwärtsbewegung, ist die Erwartungshaltung eher, dass sich zumindest das, was wir hier vorne haben, da nochmal fortsetzt. Vielleicht wird es mehr, vielleicht auch nicht, aber dass sich das nochmal fortsetzt, ist nicht so untypisch, wenn man es schön erkennen kann, umso besser. So, kann man es denn jetzt gut erkennen? Quatsch nicht rum, erzähl lieber, sollen wir jetzt long gehen oder short gehen? Ist ein häufig gestellter Wunsch. Ich mag diese Formulierung überhaupt nicht, denn ihr sollt machen, was ihr wollt. Ich kann euch nur sagen, wie ich da drauf gucke und wie wir unseren Handel gestalten. Das, was ich hier sehe, ist zumindest mal nicht so schwach, dass ich jetzt short gehen würde. Warum auch? Ich würde long gehen, ihr erahnt es, wenn wir hier was Korrektives bekommen. Wann würdest du denn short gehen, wenn wir hier sowas bekämen, in dieser Art? Wann auch immer das passiert. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wann das passiert. Das wird früher oder später passieren. Eventuell exakt ab jetzt. Es würde mich allerdings eher wundern, dass es exakt ab jetzt wäre. Das wäre ein schöner Zufall. Aber irgendwann wird das passieren. Kann ich euch jetzt schon schriftlich geben, dass früher oder später eine Bewegung kommen wird, die so aussieht. In dieser Art. Und dann habt ihr sicherlich eine Ahnung, wenn die Gegenseite mittig reinläuft, in diese Zone, so halbwegs mittig hier dieser Bewegung. Also mäste das, die Mitte davon, ungefähr die Hälfte davon wieder hoch. A, B, C oder mehrfach wackeln. Das ist der Trigger für anschließend Fortsetzung nach unten. Das Schicke ist, ich brauche nur darauf zu warten, bis er den ersten Teil macht, den zweiten Teil macht und dann kann ich die Order vorbereiten, dass ich Short gehe, wenn er hier hingeht. Stichwort dazu, eine Stop Limit Order. Wenn ihr nicht daneben sitzen wollt, mit dem Finger über der Tastatur, jetzt gehe ich Short. Das mache ich persönlich nicht. Ich setze meine Order im Vorfeld rein. Dann kann ich mich zurücklehnen, was anderes machen, vielleicht einen anderen Markt nochmal gucken. Und dann lasse ich mich sozusagen in die Position rein stoppen. Ihr kennt das. So machen wir das typischerweise. Aktuell hier im 5-Minuten-Chart gibt es da nichts zu sehen. Wir sind beim S&P im Großen noch nicht ganz so hoch hier gelaufen. Ich gehe nochmal kurz auf den Nasdaq zurück. Auch der hier ist noch nicht so richtig hoch gelaufen. Also so enthusiastisch wie der DAX ist der amerikanische Markt, zumindest der Tank-Markt, im Moment noch nicht. Es ist also nach wie vor noch möglich, dass das hier passiert. Nur je weiter er hier höher geht, also spätestens bei 4.096 auf dem März-Kontrakt Future hier auf dem S&P 500, da würde ich dann sagen, also wenn wir die erreichen, tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit für einen Bruch auch dieser Hochmarke, sprich das Erreichen von 4.200, doch relativ realistisch aus meiner Sicht. Da würde ich sagen, ich denke mal, das scheint dann das typische Bild. Nichtsdestotrotz bleibt es korrektiv nach oben. Die Abwärtsseite will ich noch nicht abschreiben, aber Short-Gain ist im Moment überhaupt nicht drin. Welche Argumentationen haben wir für Short? Ja, du hast hier eine Idee. Ja, nur weil ich eine Idee habe, gehe ich ja nicht Short. Der Markt muss das machen. Und wenn der Markt das nächste Mal sowas macht, hat aber hier auch nicht funktioniert, richtig, aber da hat ja noch gefehlt, dass er wackelig hoch ist. Er ist ja steil hoch. Also die Bedingung hat gefehlt. Ihr seht, ich brauche beides. Steil runter und wackelig hoch und dass er dann entsprechend das bestätigt. Man kann natürlich versuchen, hier Hardcore-mäßig irgendwo einen Einstieg zu finden. Ich mache das persönlich nicht so gerne. Kann man aber machen. Gibt es verschiedene Ansätze dafür, um da zum Beispiel ein Kerzenmuster rein, vielleicht mit einer Indikator-Lösung reinzugehen, aber in der Erwartungshaltung, dass das passiert. Ich finde den Trigger hier am einfachsten. Da muss man nicht groß nachdenken und häufig ist das eine gute Bestätigung dafür. So, gucken wir abschließend noch auf den Dow Jones. Da hatten wir ja gesagt, naja, wir müssen mit diesem Muster rechnen. Also das ist, wenn ihr hier eine Zeichnung seht, nicht zwangsweise, dass ich sage, das ist die einzige Möglichkeit. Ihr wisst ja, meine Entscheidung für die Short-Seite wäre ja sowieso erst hier. Das heißt, das beißt sich gar nicht. Häufig wird das missinterpretiert. Ja, du sagst ja, es geht hoch oder runter. Das hilft mir ja nicht. Naja, schon. Weil runter ist für mich ja erst interessant, wenn er das macht. Das hat aber mit diesem Bild sowieso nichts zu tun. Ist auch nicht verwechselbar. Oder wenn er zumindest mal das und das macht. Auch das ist nicht verwechselbar. Das heißt, obwohl ich keine Idee habe, ob dieses Muster hier kommt oder ob dieses Muster hier kommt, verwechseln kann ich die beiden schwerlich. Denn bei dem einen geht es weiter nach oben und geht es wackelig oder korrektiv nach unten. Fortsetzung nach oben und bei dem geht es steil runter und korrektiv nach oben. Also die Chance, diese beiden großartig zu verwechseln, insbesondere wenn es saubere Verhaltensmuster sind und je sauberer es ist, desto lieber handele ich die, die ist halt gering. Ein großes Problem für vielen Tradern ist, dass sie sagen, ja, aber ich muss ja jetzt irgendwas tun. Jetzt sitzt sie schon den ganzen Nachmittag hier. Sieht zwar nicht so gut aus, aber ich mache trotzdem mal. Nicht gut. Aus meiner Sicht nicht gut. Ich hatte mal einen Videobeitrag gemacht zu Ach-Komm-Trades. So die drei Tabus eines Traders. Könnt ihr bei YouTube mal gucken, ob ihr das wiederfindet. Was man als Händler nicht machen darf und darunter sind unter anderem Ach-Komm-Trades. Einer der größten Fehler, den man machen kann, dass, ja, jetzt sitze ich da, meine Frau, mein Mann hat jetzt auch schon gefragt, na, hast du denn schon und sowas, dann kommt man so ein bisschen in den Druck, ich muss jetzt was tun, das Bild ist nicht so klar, ich mache trotzdem jetzt mal und das verpasse ich wieder, das will ich nicht und dann ist der Verlust meistens programmiert. Also das so als kleine Überlegung dazu. Also so richtig Klarheit finde ich hier nicht. Der Dow Jones, anders als die anderen beiden Märkte, im Moment eher die Abwärtsseite. Ihr seht, dass die sind ein bisschen gegenläufig unterwegs, aber wenn ihr euch die Frage stellt, ist das hier schon wirklich, also hier wäre es quasi das gleiche Szenario, was wir gestern hatten, mit dem Bruch sogar gut gegangen, allerdings seht ihr auch, dass das hier, diese Abwärtsbewegung, keine wirklich impulsive ist. Also nach toller neuer Haupttrendrichtung sieht das, was ich da habe, nicht aus. Wir haben hier eine klare Abwärtsbewegung, aber die Gegenbewegung, 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 selbst die gleich großen oder ähnlich großen Gegenbewegungen überschneiden sich alle. Abwärts ist nicht die Haupttrendrichtung. Abwärts sieht korrektiv aus. Also ich sehe ganz gute Chancen, dass wir früher oder später nochmal hochgehen, aber jetzt Long gehen, weshalb nochmal? Was war jetzt das Tolle, was nach oben zeigt? Nichts. Das ist nichts, was nach oben zeigt. Allerdings so und so und zack, habt ihr wieder eine Long-Idee, denn das ist ziemlich offensichtlich korrektiv. Und deshalb, ich kann mir sehr gut vorstellen, vielleicht das noch zum Abschluss, dass wir jetzt so langsam, aber sicher hier auf der Unterseite, manch einer wird sagen, guck mal hier, das mit dem Trendkanal. Das sind alles Ideen, keine schlechten Argumente, warum der Kurs in der Nähe ist zu drehen. Hier Fibonacci-mäßig sind wir in der Zone drin, das ist gut, aber wir haben jetzt Fibonacci-mäßig kein Cluster, also ich mache die mal weg. Vielleicht hier in dem Umfeld einen Dreh fände ich nicht schlecht. Hausaufgabe für euch, in den nächsten Minuten oder Stunden mal drauf zu gucken, kommt ein starker Anstieg, was Wackeliges runter. Nein gut, ich erzähle immer wieder das Gleiche, aber so ist es nun mal. Traden ist das Abarbeiten ähnlicher oder gleicher Situationen. Habt ihr eine starke Bewegung, eine dreiwellige Bewegung, ist sehr gerne eine Fortsetzung, die ist hier kürzer, als ich es typischerweise habe, aber zugegeben, ist das die erste Welle. Naja, kann schon eine erste Welle sein, also da nachzieh, stopp, dann wäre man hier irgendwo sicherlich positiv, aber irgendwo hier rausgeflogen, hätte hier einen kleinen Gewinn eben auch nochmal mitgenommen. Na gut, also ich drücke euch die Daumen, dass ihr nicht nur kleine Gewinne oder zwischendurch viele Verluste, sondern eben manche Verluste, das gehört mit dazu, das gehört auch zur Trading-Erfahrung dazu, dass Verluste einfach dabei sind, aber ich wünsche euch, dass eure Gewinne, eure Verluste deutlich überschreiten und ihr nachher sagt, in der Summe passt's. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.